Es ist völlig egal, und das meine ich auch so, es ist wirklich völlig egal, welche Manifestationstechnik du verwendest, um das zu manifestieren, was du wirklich willst. Denn alle funktionieren und alle funktionieren nicht. Was meine ich damit? Weißt du, es kommt nicht auf die Technik darauf an. Die Technik ist nur das Vehikel. Du bist das machtvolle Schöpferwesen. Im Grunde brauchst du überhaupt keine Technik, um das zu manifestieren, was du wirklich willst. Du darfst einfach nur wissen, dass es so ist, und ratzfatz ist es schon passiert. Vorausgesetzt, du glaubst das. Wenn du aber Zweifel daran hast, und wenn du glaubst, du musst irgendetwas tun oder eine bestimmte Technik verwenden, dann ist es so. Denn letztendlich kommt es nur darauf an, was du glaubst. Wie schwer es ist, wie lange es dauert, und so weiter. Das sind deine Konstrukte, deine Wahrheiten, dein Glaubenssystem. Dementsprechend manifestierst du auf Grundlage deines Glaubenssystems. Und nicht, weil es die Wahrheit ist. Es gibt keine Wahrheit, die sozusagen, oder die eine Manifestationsmethode oder Tool oder Technik, die immer funktioniert. Das gibt es nicht. Du darfst für dich herausfinden, was deine Art der Manifestation ist. Und dann benutzt du das. Denn die Energie, die du in deine Manifestation hineingibst, die kommt auch raus. Das heißt, wenn du keine Lust hast, zum Beispiel zum Journalen, du denkst aber, du müsstest das machen, weil du gesehen hast, dass es bei anderen funktioniert, dann ist es, du gibst die Energie rein. Oh, ich habe keinen Bock, was kommt raus, ich habe keinen Bock, und du manifestierst nicht das, was du wirklich willst. Es geht immer nur um Frequenz. Bist du auf der Frequenz von dem, was du manifestieren willst? So wie meine Kunden unterschiedlich sind, so sind auch ihre Zugänge zu ihrer Manifestationspower. Die einen haben mit Scripting ein Millionenbusiness manifestiert. Die anderen haben mit Robotic Affirming den Partner manifestiert. Die anderen haben mit dem Selbstkonzept ein Haus in Mallorca manifestiert. Es gibt so viele Zugänge und so viele Möglichkeiten. Die Frage ist ja immer nur, was ist deins? An was glaubst du? Und glaubst du überhaupt, dass du eine Methode brauchst? Und wenn ja, welche macht dir am meisten Freude? Denn diejenige, die dir am meisten Freude macht, die wird dir auch die meisten Erfolge bringen. Und genau darum geht es. Zum Beispiel im Celebrate Your Passion in unserem Signature-Programm geht es genau darum, dass wir herausfinden, okay, was ist mein ganz persönlicher Zugang? Welche Manifestationstechnik ist denn die meine? Und dann mit dieser Methode, mit diesem Tool, mit dieser Technik einfach loszugehen und das zu manifestieren, wozu du Lust hast. Und wenn es auch keine Methode ist, es ist völlig egal. Hauptsache, es macht dir Freude, es macht dir Spaß. Denn dann ist es einfach für dich und dann manifestierst du auch einfach. Und wenn du genau hier bei Unterstützung möchtest, wie gesagt, dann komm gerne in Celebrate Your Passion, denn hier begleite ich dich, dass du herausfindest, was deine Art der Manifestation ist und wie du sie easy umsetzt, um das zu manifestieren, was du wirklich willst. Um deine Berufung erfüllt und erfolgreich zu leben, um das Leben zu leben, was wirklich deins ist. Und zwar, wie gesagt, easy. Aber dann darfst du dich auch auf den Weg machen und herausfinden, was deine Art ist.